Hallo Leute und willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Ich habe ja gesagt, dass ich an einen der Orte gehen werde und ich bin jetzt kurz vor diesem Bunker von Mr. House. Und ja, im letzten Part hat man ja gesehen, dass es diesen Platin-Chip gibt und so, bla bla bla, damit kann man irgendwas erreichen und bla bla bla, Sicherheitssysteme, irgendwas sowas. Und ja, eigentlich relativ Wurst, äh, ich habe jetzt auch erfahren, dass, ähm, das hier, das, ähm, das hier das Fortification Hill ist und das ist irgendwie ein Lager von Caesars Legion. Und, ähm, dass Benni da irgendwie hingehen möchte oder so, habe ich jedenfalls von einem Typ gehört, der kam zu mir persönlich direkt hier im Spiel und so. Also, kam aber mal zu mir und hat mich direkt angelabert und wer ist das, den will ich jetzt ansprechen. Auf Wiedersehen. Nein, bitte, bitte lassen Sie mich nicht hier! Ich, ich muss den Bösen spielen, ich, ich darf nicht helfen. Meine In-Game-Prinzipien erlauben es mir nicht. Und was ist gekreuzigter Sklave? Dieser Mensch ist dem Tode nahe, das Lob machen, wann vom Kreuz würde unweigerlich zum Tode führen. Tja, scheiße war's. Wo ist das? Legions- Ne, Legionsbundschafter. Stufenaufstieg, oha, oha, jetzt wird's ernst. So, schleichen brauch ich. Ähm, Nahkampfwaffen. Eindeutig, ich benutze so oft die Betonstahlkeule, das muss sein. Hier, leiser Läufer, genau das ist es. Damit ist man, also war's in Fallout 3 jedenfalls, praktisch unsichtbar, wenn man sich anschleichen will, außer der guckt einen wirklich direkt an. Also nichts davon wegen, äh, immer kurz bevor man hinter dem ist, erkennt der einen dann. Das gibt's da auch nicht mehr. Hm. Den mal schnell speichern. Ich hab's im letzten Part, hab ich's wieder bemerkt, äh, ja, als es abgestürzt ist. Man weiß nie, wie's kann immer kommen. Arve, sind Sie bereit für die Reiseflussaufwärts? Jetzt sind Sie... Mein Name ist Cosa Lucullus. Ich habe Befehl, Sie zum Lager der Legion beim Fortification Hill zu begleiten. Kann es losgehen? Auf Wiedersehen. Ich will doch in den Bunker. Ich dachte, ich hätte hier, hier, optional zum Vorgehen. Ach so, zum Vorgehen und dann den, äh, den Bunker. Ja, aber Cesar doch. Was wird beim Fort passieren? Sie werden bald dem mächtigen Caesar gegenüberstehen. Dem Gründer der Legion. Bezwinger von 86 Stämmen. Soviel ich weiß, ist dies das erste Mal, dass Caesar einen der Liederlichen zu sich eingeladen hat. Nicht einmal Häuptlinge erhalten diese Ehre. Womit verdiene ich diese Ehre? Das können Sie wohl besser wissen als ich. Aber Sie müssen erstaunlich sein, dass Caesar so ein Interesse zeigt. Alle außerhalb der Legion sind Liederliche. Sie leben im Dreck, ohne jegliche Moral, Mäßigung, Zügelung und Selbstbeherrschung. Schon ihre Exekte ist erst Gift für das Allgemeinwohl. Noch schlimmer sind die Verderbten, die Unterart der Liederlichen Diesseits des Flusses. Sie halten sich für zivilisiert und sind doch korrupt und selbstsüchtig. Sie werden die Wahrheit schon noch früh genug erkennen. Die Reise dauert ein paar Stunden. Nehmen Sie im Bootplatz. So. Auf Befehl Cisas müssen alle Besucher ihre Waffen und verbotenen Gegenstände abgeben. Sie erhalten ihre Besitztümer zurück, wenn sie gehen. Aber. Okay. So, was ist das hier? Das ist irgendwie, ähm... Kann das sein, dass es sich irgendwie echt so ein bisschen mit, äh... Mit Rom auseinandersetzt, so aus der Zeit, als es, äh, noch... Na, als es noch mit Schwertern und so gekämpft wurde und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Zeit nochmal nennt. Ich hab's vergessen. Hab ich hier so mit Palissaden und allem. Das... Wow. Tut mir leid. Trainieren macht einen starken Rücken, dann kannst du viel drücken. Tada! Das war toll gereimt. Das ist mir gerade eingefallen, ich schwör's. Okay, wer bist denn du? Die neuen Slavinnen sehen ziemlich gut aus. Der ist mir sympathisch. So, wo, wo, wo ist der Bunker? Ich will den Bunker sehen. Ich will da jetzt rein. Und irgendwas kaputt machen, dass ich negatives Karma erhalte. Was ist dieses? Ah! Kann ich das irgendwie sabotieren, sodass du dich echt krass verletzt? Nein. Dann gib mir dein Schwert. Ach man, du. Die sind ja alle echt gemein. Nein, ich will niemandem treuer geben, außer mir selber. Na, aber ich heuchle mal, äh, Ergebenheit und so weiter. Okay. Der könnte gefährlich werden, falls ich hier doch irgendwo einen Streit anzettel. Damit könnte man eine Menge Schaden anrichten. Einmal macht man einen schönen... Und dann ist alles, was im Zielbereich ist, weg. Ich wette, die kann ich später auf New Vegas abfeuern. Da habe ich dann wieder wahrscheinlich die Wahl, ähm... Ja, entweder ich saboteere die Haubitze, oder ich lasse sie feuern. Ich werde sie feuern lassen und werde mir einen abgrinsen währenddessen. Und dann, ja... Dann kriege ich negatives Karma. Irgendwo wollen mich dann wieder Leute... Und... Und... Und du lässt mich da jetzt besser rein. Niemand kommt hier ohne Cisars Erlaubnis hinein. 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 Okay. Hab's kapiert. Äh... Dann mit Cesar, 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 irgendwas sprechen. Der macht das schon ziemlich lange. Wie jetzt ans andere Ufer? Ich hab so ein Gefühl, es ist einer dieser ganz perversen Vereine. So langsam will ich doch nicht hier sein. Der Typ, der vorhin gesagt hat, die Sklavinnen sehen gut aus, wird dann auch ans andere Ende des Ufers geschickt. Und dann findet er, die Sklaven sehen gut aus und... Nein! Was ist das hier nur für ein Laden? Sie müssen Cesar's Zelt allein betreten. Alle anderen müssen hier draußen bleiben. Irgendwie ist der total unauthentisch. Hier haben alle so Legionsausrüstung und so. Dann kommt der hier mit so einer stylischen Brille. Na egal. Ich freue mich darauf, ans andere Ufer des Flusses geschickt zu werden. Schon wieder einer. Hm. Mehr von diesen Personen ist der wohl. Hallo. Cesar wartet schon. Wir können später reden. Und so treffe ich endlich den Kurier, der so viel in so kurzer Zeit erreicht hat. Genau deshalb hab ich sie hierher zitiert. Ich meine, ein Mann tötet sie fast? Und ihre Reaktion ist es, ihn quer durch die gesamte Mojave zu verfolgen? Sie kommen auf dem Strip an und spazieren ins Lucky 38, als hätte ihnen jemand einen Schlüssel unter den Fußabtreter gelegt? Sie besuchen das Tops und plötzlich flieht der Anführer der Vorsitzenden wie ein winselnder Welpe vom Strip? Wenn sie sich etwas in den Kopf setzen, dann folgen Ergebnisse. Das gefällt mir. Ich weiß, ich bin beeindruckend, aber... Tja. Schon sehr bald wird meine Legion den großen Staudamm angreifen und den Westen erobern. Da bin ich dabei. Zuvor möchte ich, dass Mr. House mit ein paar schnellen Überraschungsschlägen aus dem Spiel geworfen wird. Und Sie werden das Schlagen übernehmen. Kein Ding. Am Fuße des Hügels am Westrand des Lagers befindet sich ein altes Gebäude. Es war schon da, als das Ford 2277 erobert wurde. In diesem Gebäude ist eine Luke und innerhalb dieser Luke sind zwei Stahltüren, die das Zeichen des Casinos Lucky 38 tragen. Dasselbe Zeichen befindet sich auf dem Platin-Chip, den Benni bei sich trug, als wir ihn gefangen genommen haben. Ist das nicht interessant? Was noch interessanter ist, auf der Konsole, die die Luke öffnet, befindet sich eine Einbuchtung in der Größe des Chips. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, der Chip öffnet diese Türen. Türen, die weder mit Gewalt noch mit Sprengstoff zu öffnen sind. Das habe ich nämlich bereits versucht. Und sobald ich drin bin... Ich möchte, dass Sie alles zerstören, was Sie dort finden. Das macht Spaß. Okay, also ich habe jetzt anscheinend den Chip erhalten. Und ich darf seine Todesart auswählen. Also wartet, jetzt muss ich erst mal sehen. Wo ist Benni? Wo wartet der? Wo darf ich seine Todesart auswählen? Hallo? Ich frage besser drin nochmal nach. Ach da! Du kleiner Wortbrecher, du! Lass mich leben, Benni! Ich komme nie zurück, ich schwöre es! Was für ein Verräter! Ach egal. Nun mach schon und lach, Baby. Mir ist die Komik der Lage nicht entgangen. Ich finde das ziemlich lustig. Ja, ja. Lach du nur. Kommen wir zur Sache. Wie lief das Treffen mit dem Glatzkopf? Klar. Der Glatzkopf will, dass du in den Bunker steigst und zerstörst, was Mr. House da eingelagert hat. Das solltest du nicht tun, Baby. Was auch immer da unten sein mag, ist der Schlüssel zur Stadt namens Vegas. Tu lieber Folgendes. Du gehst da runter und benutzt den Chip so, wie Mr. House es von dir wollte. Dann gehst du zurück zum Strip und suchst Ja-Sager. Das alte Schlitzohr kann nicht anders, als dir zu helfen. Verstehst du? Also der sagt mir praktisch dasselbe, was Ja-Sager mir gesagt hat. Grinst mal nicht so breit, sonst werden die Milchzähne sauer. Ja, der Glatzkopf hat gesagt, dass du es entschieden hast. Also, was soll es sein? Hm. Yep. Stein alt in meinem Bett zu sterben, nachdem mich 30 sexhungrige Miezen durchgenommen haben. Kriegst du das hin? Schau mal, ich mach mir nicht viel aus Illusionen. Ich erwarte ja nicht mal mehr, aus diesem Budenzauber heil rauszukommen. Deshalb übergebe ich dir meinen Plan, Baby. Das nennt man wohl ein Erbe antreten. Hm. Das wär schön radikal. Ach, warum nicht? Ja, total beliebt hier in der Gegend. Da freut sich das Publikum. Zumindest sagst du das. Ja. Ach, ich darf das dem Caesar sagen, oder wie? Wir sprechen uns wieder, wenn sie das zerstört haben, was sich in dem Bunker befindet. Nicht vorher. Ich vermute, sie werden der Legion... Es gibt da eine Spielerin. Martina... Bla, 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 bla. Na gut, ich mach's. Ich mach irgendwas. Ich will jetzt wissen. Sehr schön. Ich würd jetzt echt sau gerne wissen, wie verdammt nochmal ich es schaff, in einem Kreuz zu hängen. Nettes Angebot, Baby. Aber wenn du diese Fesseln durchschneidest, dann... Wenn ich andererseits einen Stealth-Boy und eine Haarklammer hätte... Das würdest du für mich tun, Baby? Ich weiß. Boah, Mann. Ich, 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 ich. Das direkte Volk. Aber das solltest du erst machen, wenn du dich um den Bunker gekümmert hast. Caesar wird es nicht gefallen, wenn du die nach... Ach so, ich muss erst in den Bunker... Ah. Ja, jetzt kapier ich dat. Jetzt kapier ich dat. Jetzt, jetzt, jääääääääääzt kapier ich dat. Ich darf Benni danach erst töten. Okay, wo ist der scheiß Bunker? Hallo? Na. Verdammt. Ich will jetzt in diesen anderen Bunker gehen. Wo, 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 Mr. House Zeugs drin ist da und... Und wo ich irgendwas machen kann, was weiß ich, wo Ja-Saga gesagt hat, ich will... Och Mann, ich will einfach die Macht haben in diesem Spiel und so viel negatives Karma erhalten, wie einfach nur geht. Ich möchte richtig schön verhasst sein bei allen, das würde richtig Spaß machen. Ich habe gesagt, ich spiele den richtig fiesen und es geht meistens bei Fallout auch wirklich, dass man den richtig total ultra miesen spielen kann. Und genau das will ich jetzt auch tun. Uah, voll übers Feuer gehübt. So, darf ich jetzt rein? Ja, Mann! In Ordnung. Caesar hat viel Vertrauen in Sie. Mhm, mhm, mhm. Sklaven sind in der Arena keine große Herausforderung. Haha, haha, okay. So, so, wo geht er drauf? Ist hier irgendwo nicht ein... Ah, okay. So, 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 so. La 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 la. La 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 la. Ähm, ähm, muss ich eigentlich noch hier... Warum ist es zweimal da? Egal. Na sowas. Sie sind früher als geplant. Schließlich wollte ich Sie genau hier haben. Ich wusste, dass ich mich darauf verlassen konnte, dass Cesar Ihnen den Platinschiff zurückgibt. Sollte mich das schockieren? Natürlich möchte Cesar das hier zerstören. Er hat Angst davor, was dieser Bunker enthalten könnte. Und das mit Recht. Aber das werden Sie nicht tun. Sie werden klug sein und für mich arbeiten. Der Platinschiff ist ein Datenspeichergerät. Sie müssen die Daten manuell vom Chip in den Hauptcomputer der Anlage hochladen. Am anderen Ende dieser Anlage befindet sich ein Terminal. Es gibt eine Komplikation. Ich kann zwar Übertragungen auf diesen Bildschirm durchführen, jedoch nicht die Systeme der Einrichtungen steuern. Daher kann ich auch die Sicherheitsbots nicht deaktivieren. Laut den Statusberichten scheinen die meisten aktiviert zu sein. Ich nehme an, dass Sie schlau genug sind, das Richtige zu tun. Die Belohnungen dafür sind gewaltig. Ebenso die Bestrafungen für das Gegenteil. Ich werde jetzt zu Ja-Sage zurückkehren. Den scheiß Chip nehmen. Ihm den denn geben. Jetzt sollte ich vielleicht mal kurz... Verdammt, verdammt, verdammt. Weil es kann sein, dass der Chip ist doch jetzt da drin. Und, ähm... Caesar hat verfügt, dass Sie erst gehen dürfen. Und wie soll ich den wieder rausbekommen? Na, egal. Ich werde es schon irgendwie schaffen. Okay, dann mache ich es. Bla, 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 bla. Ah, nee. Das habe ich ja schon gemacht. Bla, 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 bla. Das interessiert mich eigentlich alles nicht. Ich will jetzt weitermachen. Ah, jetzt gib mir mal eine Betonstahlkeule und lass mich den Typ hier erledigen. Bitte weitergehen. So. Boah, die Strah... Ja, ich habe mir eine Strahlenkrankheit zugezogen. Mir doch weh, nee. Ach, verdammt. Ähm, so. Jetzt ihr Plasma-Gewehr. Reparieren, dann ist es besser. Ähm... Ähm... Er sendet, ist also falsch. Ja, was heißt alles schon mal mit ED am Schluss? Kann schon mal nicht sein. Was heißt, es schließt das hier aus? Es schließt Refunded aus. Arrested, Defended, Infected, Invented. Das kann schon mal alles nicht sein, weil ED eindeutig zwei Buchstaben sind, die korrekt sein müssen und so weiter und so fort. Ich denke mal, es versteht sich von selbst. Nehmen wir mal Sleeping. Null! Wow. Hm. Da könnte das Assemble schon fast wieder sein, aber es hat hier zwei von dem, das heißt, kann es nicht sein. Refunded auch nicht, infested nicht. Ähm, du... Äh, wo... Keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht. Das Wort sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Hm. Passt doch. So. Null. Null. Loll. Sofort ist der Gebrauch tödlicher Gewalt rechtmäßig erlaubt. Gut, der Gebrauch tödlicher Gewalt ist rechtmäßig erlaubt. Dann werde ich sie mal gegen euch einsetzen. Und zwar meine Erlaubnis tödlicher Gewalt. Okay, optional was? Ähm, die Securitron-Armee zerstört. Das Upgrade, bla bla bla. Bla bla bla. Hm, als ob mich das jetzt großartig interessiert. Hast du eine Energiezelle? Hast du eine Energiezelle? Dankeschön. Dass ihr mich nicht angreift, finde ich auch toll. Aber dafür habe ich ja schließlich gesorgt. Ha ha. Ha ha. Ihr seid erbärmlich. Ah ja, aber ich bin fast tot. Scheiße. Wieso merke ich sowas nicht? Habe ich Red Away? Habe ich Red Away? Habe ich Red Away? Ich habe Red Away. Und ich brauche nochmal Red Away. So, jetzt habe ich... Sollte ich vielleicht das so machen, damit ich nicht sterbe. Doing. 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 Ohne ihn könnte irgendetwas gefährlich werden. Da ist hier Sabotage entdeckt. Die können mich machen. Spaß. Okay, der To-Gang ist abgeschnitten. Durchdaucherhafte Verklemmtheit. Okay. 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 Oh oh oh, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich renne weeg, ich renne weeg. Ich hau ab, ich hau ab. Sie haben Caesars Willen ausgeführt, aber ich muss ihre... Sie dürfen gehen. Ich werde versteckte Waffen immer behalten, du von Teil ihr Leute dumm seid und sie nicht seht. Lalalala. Ähm, ähm, Gegenstände Waffen, was hab ich noch alles, auch genügend zwei Kleider, keine Betonstahlkeule, was heißt ich bin nutzlos. Die neuen Sklavenen sehen ziemlich gut aus. Boah, super, toll, toll! Das interessiert mich jetzt echt einen feuchten Fliegenfurz. Ich will nur wissen, wie ich möglichst viel Zerstörung anrichten kann. Das ist vorlaut, das muss ja funktionieren. Sklaven sind in der Arena keine große Herausforderung. Vor kurzem habe ich eine Erschütterung des Bodens gespürt. Ich nehme an, das bedeutet, dass Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Für das Befolgen meiner Befehle gibt es Belohnungen. Heute ist Rache Ihrer Belohnung. Sie dürfen entscheiden, wie Benni stirbt. Teilen Sie Benni Ihre Entscheidung mit. Meine Praetorianer kümmern sich um die Hinrichtung. Außer Sie wollen sie selbst durchführen. Betrachten Sie das als die erste zahlreiche Schenkungen. Lalalalalalalala. Also Baby, was hast du da unten gefunden? Die ganze Zeit über hatte der alte Mann also eine komplette Armee in der Hinterhand? Kluger Zug. Stell dir mal das Gesicht des Glatzkops vor, wenn die Securitrons am Tag der Abrechnung herausgeströmt kommen. Davon hätte ich gerne ein Standbild. Jetzt musst du also nur noch mit Ja-Sager sprechen, um die Sache ins Rollen zu bringen. Mach Vegas zu einer Stadt, auf die ich stolz sein kann. Lass die Puppen tanzen. Ah, ich verstehe. Und wie soll es passieren? Du wirst zu meinem Vergnügen gekreuzigt. Tu das nicht, Baby. Nicht die Kreuzigung. Ich könnte tagelang vor den Widerlingen hängen, während sie mich auslachen und auf mich zeigen. Du krankes, rachsüchtiges Arschloch. Och, komm. Ja. Wo ist der? Wo ist der? Sklaven sind in der Arena keine große Herausforderung. Boah, halt die Klappe. Ich will ihn jetzt sehen. Zu meinem Vergnügen wurde er gekreuzigt. Das ist echt radikal, aber das ist doch lustig. Es ist nur ein Spiel. Wenn RTL diesen Part von New Vegas jemals sehen würde. Wow, ich würde bei Explosiv auftauchen. Da wette ich. So, jetzt muss ich nur noch zu Yasaka zurückkehren. Also müsste ja eigentlich alles geklappt haben. Halt die Fresse. Ich will jetzt wissen, wo Benny ist. Hm. Ich will dich sehen, wie du hängst an einem kleinen Kreuzchen. Bitte, 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 lass mich ihn sehen. Ich will ihn doch nur angucken und lachen. Okay, jetzt mache ich aber erstmal hier die Aufgabe rein, mit zu Yasaka zurückkehren. Aber, Caesar, treu ergeben. Sehr schön. Jetzt bin ich wieder schön ausgeruht. So. Gehen Sie weiter. Das ist er. Hallo. Zufrieden, du perverser Penner? Tja, diese Genugtuung kriegst du nicht von mir. Alter, die haben noch mein gesamtes Zeuglein. Nein. Nein. Hihihi. Ja. Den forderten Wegers kann man sehr böse sein. Ich hoffe mal, ich kriege mein Zeug wieder. Ich hoffe mal, ich habe meinen. Ah, gut. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Deswegen. Mod. X. Abbrechen. Stimmt eigentlich, ich habe noch keine einzige Waffe modifiziert. Naja, egal. Boah, ich würde mal gerne wissen, bis wie weit ich da hinten schwimmen könnte. Also, so Weltkarten-mäßig geht das hier noch ein bisschen. Naja, mir egal. Werde ich eh... Lalalalalalalala, ist das Wasser hier nicht verseucht? Lalalalalala, ich könnte hier ewig lang drin rumschwimmen. Einfach nur schwimmen. Und, und, niemand könnte mich aufhalten. Ich könnte das ausnutzen. Und zwar richtig krank. Was mir nichts bringen würde. Aber dann gucke ich jetzt einfach mal Interesse halber, was sich dort hinten alles befindet. Aha. Mhm. Mhm. Interessant. Interessant. So, jetzt wird schnell gespeichert. Ich gehe an den Ort auf der Karte, den man da noch sieht. Und von da aus tue ich schnell reisen. Lalalalalala, lalalala, lalalala. Wie geil ist das denn? Ich will nicht ersaufen. Oha. Ach du Scheiße. Ja, ja. Renn nur weg. Bastard. Trau's sich nicht nach draußen, war's so klar. Ach du Scheiße, sind da viele? Oh, sind nur zwei weitere. Ferien, Mietwagen, Verleih, Blue Paradise. Einen kürzeren Namen hätte man sich nicht ausdenken können. Hallo. Soll ich dir nach schwimmen? Ja, du bist ja lieber kleiner. Ja, du bist ja lieber kleiner. Ich wette, er lockt mich jetzt zu seinen... ...zu seinen... ...Kumpels oder... ...zu irgendwas Großem, was mich tötet. ...oder auch nicht. ...wah. ...was? Ich, 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 ich... ...nein! ... ... Das Teil hat mich echt verarscht. Das hat echt... ...es hat mich echt dazu gebracht, lang genug unter Wasser zu bleiben, bis ich einfach jämmerlich verreck. Ich bin einfach versoffen. Krass. Das hätte ich von so einem Ding nicht erwartet. So eine Gerissenheit und... ...innerliche Stärke. ...egal. Jetzt werde ich mich rächen. Das hat was mit Ehre zu tun. Ich kann mich einfach zulassen, dass das Teil einfach jetzt gewonnen hat und ich mich... ...äh... ...binne... ...heulsuse verpiss und... ...denke... ...äh... ...QQQ... ...ich muss gehen, das Teil hat mich ge... ...ich muss gehen, das Teil hat mich getötet, ich geh weg. Ich sag, ich geh weg. Lass mich hier in Ruhe. Krass. Ich hab gesagt, lass mich hier in Ruhe, ihr verrückte Viecher. Okay, ich kann mit der Beton-Stahlkeule diesmal nichts machen. Nehmen wir das Akku-Gewehr. So. Was haben wir noch? Dynamit. Zuerst mal das normale Dynamit. Schmeckt das, ihr... Was? Was? Der hat mich gewonnen, hättet. Ach scheiße, ich bin viel zu nah rangegangen. Noch nichts lange lohnt. Alter, nee, da kann ich nichts machen. Da muss ich... ...gucken, dass ich... ...dass ich nicht gesehen werde. So. Scheiße, 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 scheiße. Sehr schön, ich hoffe, ich hab ein bisschen was verkrüppelt. Nein. Komm schon, geh hoch! Danke. So, was hab ich noch zur... Okay, dann nimm ich mal das hier raus. Okay, das war zu... ...nicht weit genug, jedenfalls. Sehr schön. Was hab ich dem hier angetan? Keine Ahnung. Ja, was hab ich jetzt noch? Komm schon, komm schon. Ja, maaaannn. Backflip. Boah, der ist ja fast tot. Ja, wie geil. Ich hab's geschafft. Den erwisch ich hier gerade aber nicht. Glaub ich. Glaub ich. Oder doch. Na, komm schon. Ups. Boah, verdammt. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Das one-hitted mich halt, geh. Das vor allem. Boah, wenn ich nicht so unglaublich... ...verzessen darauf wäre, die zu töten jetzt, weil... ...weil ich das einfach nicht gern hab, wenn mich Gegner besiegen und ich dann wegrenne, weil... ...das kommt einfach so erwärmlich. Komm schon. Gut. Ah, passt doch. Hm. Die kann man ja modifizieren, die Waffe. Dann muss es doch irgendwie möglich sein, dem Jagdgewehr ein Zielding ins draufzusetzen... ...und dann geht's ab. Weil dann kann ich sagen, dann darf mir niemand mehr über den Weg laufen, weil dann werde ich gefährlich in dem Spiel. Weil das Jagdgewehr ist mein Lieblingswaffe. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Ah, die Fröhse. Die Fröhse. Das ist ja. Die Fröhse. Die Fröhse. Die Fröhse. Und jetzt gehe ich zu Ja-Saga. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich heute, äh, äh, ja, irgendwie, irgendwie, ach, das Ja-Saga, okay, dann weiß ich nicht, wie ich heute bin. Oh, er wollte Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Dann hätte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House, insbesondere seine Securitrons. Und ich würde wohl das tun, was man mir sagt. Sicher, wenn der Chip Administratorrechte zurücksetzen kann, wird es super leicht. Oh, das meinte ich nicht. Wer braucht schon deren Unterstützung? Die Securitrons sind alle Unterstützung, die Sie benötigen werden. Ich meinte, dass Sie sich mit diesen Stämmen vertraut machen sollten und entscheiden, welche Sie mögen und welche nicht. Es geht um die Zukunft von Vegas. Wählen Sie Ihre Nachbarn. Wenn Ihnen ein Stamm gefällt, dann lassen Sie ihn in Ruhe. Und wenn ein Stamm böse ist oder ein Problem werden könnte, dann löschen Sie ihn einfach aus. Es ist alles Ihre Entscheidung. Davon gibt es viele. Einige haben Sie vielleicht schon kennengelernt. Etwa die Vorsitzenden. Sie sollten unbedingt die anderen Familien auf dem Strip besuchen, also die Omertas und die Feinschmeckergesellschaft, um mehr über sie zu erfahren. Auch abseits des Trips gibt es wichtige Gruppen, wie die Romser, die Großkarne und die Stählerne Bruderschaft. Warte, hier gibt es eine Stählerne Bruderschaft. Ich werde hier warten. Also was soll ich meiner Meinung nach jetzt tun? Mr. House töten oder deaktivieren? Okay. Lalalalalalalalalalalalalala. Jetzt werde ich erst mal Mr. House töten. Und dann freue ich mich. Jo, es geht. Wo soll's hingehen, Partner? Ähm. Das da. Bin ich falsch? Ah, es gibt hier den Weg nach unten, dann gehe ich mal hier ein bisschen. Hier wird ja schon irgendwas sein, was mich interessiert. Was zum... Das ist nicht nett. Ich muss mich so schnell wie möglich hier verpissen. Le Kammer entsiegeln. Ich weiß, dass es eigentlich L.E. heißen soll und so, aber Le Kammer kommt einfach irgendwie lustiger. Warum haben Sie das getan? Jahrhundertelange Vorbereitung. So viel Gutes vertan. Ich mag sie nicht. Der eitles Projekt ist dem Untergang geweiht. Ich hoffe, dass es eine Hölle für sie gibt. Einen Tartarus. Trostlos. Trostlos. Unendlich. Trostlos. So. Teilchen. Viem территории. Im gonna. Be resisting. Ja, dass die hinzu... Ah. Hehehe, ist ein großer Traum. Ist weg. Angriff auf Ziel läuft. Von wegen. Ja man, die machen mir nichts mehr. Boah, ich hab die Kontrolle über alles. Ich bin so ultramächtig. Beiseite, die unwürdigen Kreaturen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf dem Weg, Astrid. Ja, werde ich. Und zwar ein voller Genugtuung. Nix, hierbleiben im Casino. Guten Tag. Ich gehe jetzt. Zu Ja, Saga. Und der soll mir die Kontrolle über alles geben. Boah. Na, 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 na. Ja, Saga, ich komme. Hallo. Wie geht es? Oh, hallo nochmal. Kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein? Mr. House ist aus dem Weg und Sie haben den Platin-Chip? Wunderbar. Gehen wir wieder. Jippie. Ich bin ganz hinter dir. Äh, oder wie sagt man? Egal, ich folge dir einfach. Oh Mann, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen. Das sieht man nicht alle Tage, ey. Das wird ein Spaß. Penthouse, Penthouse, Penthouse. Hallo, das ist riesig, oder? Ein wirklich großer Augenblick. Der Augenblick ist gigantisch. Also los, ich nehme Ihnen jetzt dankend den Platin-Chip ab. Wünschen Sie mir Glück? Perflex noch mal. Wow, Mr. House hatte hier eine tolle Ausrüstung. Ich habe Zugriff auf seine Datenbanken und die Telemetriedaten aller Securitrons im Netzwerk. Moment. Oh. Das macht der Platin-Chip also. Interessant. Mr. House hatte eine vollständige Demonstration für Sie geplant. Gehen Sie einfach in die unterste Ebene, um Sie zu sehen. Sie werden überrascht sein. Kommen Sie bitte etwas näher an den Demonstrationsbereich. Gut. Sie sind inzwischen ja offensichtlich mit Securitrons vertraut. Schließlich sind einige Ihrer besten Freunde Securitrons, oder? Unser Gehäuse aus Titanlegierung schützt unsere empfindlichen elektronischen Innereien vor Beschuss aus kleinen Waffen und Schapnell. Am linken Arm tragen wir einen X-25 Gatling Laser, der gegen weiche Ziele auf mittlere Entfernung recht tödlich ist. Wirklich unterhaltsam. Für Unterdrückungsfeuer auf kurze Distanz und zur Massenkontrolle haben wir diese hübsche 9mm Maschinenpistole. Sehr nett. Aber das sind alte Hüte, nicht wahr? Doch jetzt wird es interessant. Wie sich herausgestellt hat, sind dies unsere Sekundärwaffen? Die ganze Zeit liefen wir unter dem Mark 1 Betriebssystem, das keine Treiber für unsere Primärwaffen hat. Stellen Sie sich das mal vor. Und nun sehen Sie, dass ich lade das Mark 2 Betriebssystem auf alle Securitrons im Netzwerk herunter. Das bringt einen Riesenunterschied. Mit dem Raketenwerfer M-235 können wir Boden und Luft auf große Entfernungen erkennen. Das Schnellfeuergranatwerfer-System I-28 macht uns in Gefechten auf kurze Entfernungen tödlich. Woo! Sehen Sie sich das an! Das Betriebssystem-Upgrade enthält auch Treiber für unser Onboard-Reparatursystem. Versuchen Sie jetzt mal, uns wehzutun. Insgesamt bringt dieses Software-Upgrade 235% Zuwachs an Kampfkraft. Oh, Einheit! New Vegas hat endlich würdige Beschützer. Ich hoffe, die Demonstration hat Ihnen gefallen. Sie können wieder hoch zu mir kommen oder sich auf den Weg machen. Sie sind ja sehr beschäftigt. So, ähm, 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 ich mach jetzt mal ein bisschen auch Schusswaffen. Schön hoch. Man will ja schließlich, ähm, schön ballern können. Eine ganze Armee ver- Nach den Daten von Mr. House hat er einige Securitron-Kundschafter in der Nähe von Hidden Valley verloren. Telemetrie-Daten zeigen, dass Sie mit Energiewaffen angegriffen wurden. Mr. House vermutet die Bruderschaft hinter den Angriffen. Dort muss sich ein ganzer Hopfen von Ihnen eingegraben haben. Wirklich kein guter Ort für einen Roboter. Sie ziehen in enormen Power-Rüstungen durch die Gegend und haben viele Energiewaffen. Aber es gibt eine Kehrseite. Sie sind einfach technologiebesessen. Sie glauben, alle Technologie müsse Ihnen gehören. Sie werden verrückt, wenn jemand anderes Sie hat. Alles in allem dürften Sie wohl kein Vegas akzeptieren, das sich mit Robotern schützt. Keine Hektik. Lassen Sie sich zeigen. Kann ich sonst irgendwie helfen? Das müssen wirklich üble Leute sein. Ich habe noch nichts Gutes über Sie gehört. Sie schießen mit Ihrer Artillerie auf jeden, der sich Ihrer Siedlung auf der Nellis Air Force Base nähert. Wenn das nicht unhöflich ist. Wenn man Sie aber davon überzeugen könnte, mit Ihren dicken Dingern Richtung Legion oder RNK zu rumsen, dann wäre das wieder eine praktische Sache, oder? Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Kann ich sonst irgendwie helfen? Die Kahne sind einfach schmutzige Leute. Sie leben in Zelten wie Tiere. Und sie sind sehr unhöflich. Sie wurden viel durch die Gegend gescheucht, aber niemand hat sie fertig gemacht. Bis jetzt jedenfalls. Sie waren einer der Stämme, den die drei Familien aus Vegas vertrieben haben. Das ging nicht ohne Verluste. Also ließen sie sich in Bitter Springs nieder, waren aber so aufsässig, dass die RNK noch ein paar mehr von Ihnen töten musste. Dann siedelten sie im Red Rock Canyon. Man wird sie einfach nicht los. Sie bestimmen das Tempo. Kann ich sonst irgendwie helfen? Hm. Ich erinnere mich, dass Benni eine Empfangsdame im Gomorra für Informationen bezahlte. Vielleicht weiß sie etwas. Nur, dass Benni sie nicht mochte. Er sprach immer wieder davon, dass man ihnen nicht trauen könne. Und das sagt jemand wie Benni. Er hasste ihr Casino. Geht es für geschmacklos. Und er meinte, sie hätten etwas vor. Denn das wäre immer so. Wann immer sie dafür Zeit haben, kann ich sonst irgendwie helfen? Ähm, 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 jetzt mal so. Ich denke mal, jetzt kann man die ganzen Fraktionen aufsuchen und dann entscheidet man sich entweder gegen die RNK oder gegen die Leech. Ich würde mich gegen die RNK entscheiden. Benni mochte sie aber nicht. Er hielt sie für die Musik. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Bruderschaft ausrotten müssen irgendwie, weil die werden mir ganz sicher nicht helfen. Äh, und die ganzen anderen Guten. Und dann nämlich mit Großkern und die Rumster und die Leechern und mach die RNK platt mit den Robotern und den Raketenwerfern, die sie jetzt haben. Nein, 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 ist wahr. Hä, wieso ist das jetzt wieder so, dass man irgendwas Neues rausfahren? Okay, so. Also, mal sehen, was haben wir denn hier? Wir haben das da. Die RNK verfügt über den Blablabla. Wenn ich weiter mit dem Jahr-Saga zusammenarbeiten, wird die RNK-Relfe nicht mehr annehmen. Ich werde aber sowas von die Bruderschaft jetzt ausrotten und die RNK meine ich eigentlich. Egal, jetzt gehe ich erstmal in die Präsidenten-Suite. Meine tolle Suite, wo ich schlafen kann und meine Energie regen kann, ohne dass ich dafür irgendwas verschwenden muss. Danke, so, jetzt werde ich mal den Bildschirm hier auschecken. Da war doch irgendwas. Suite Upgrade. Und wie tue ich dieses? Hä? Abbrechen. Leicht verpackt. Hier ist... Boah, ah, okay, also ich kann's mit Tastatur noch steuern. Immerhin. So, wie viel würde denn alles kosten? Okay. So, und was kann ich denn entbehren? Das hier kann ich entbehren. Ähm, hallo? Das kann ich entbehren. Das kann ich entbehren. So, wie viel funktioniert. Abbrechen. Non- Abbrechen. Das kann ich hoort. So, wie viel läuft. Das kann ich entbehren? Abbrechen. Das kann ich für. Oh, das kann ich aber fears vorstellen. So, das kann ich b havia. So, dann gehe ich mal kurz raus und gucke mir das jetzt mal kurz an. Also, was ist denn jetzt alles neu? Ich müsste ja jetzt hier irgendwas noch haben, was ich jetzt davor noch nicht hatte und so. Ähm, hallo? Wo ist denn jetzt zum Beispiel die Werkbank? Die, wo ich mir eben eingekauft hatte. Achso, das Zeug ist alles hier drin, oder wie? Ah. Was haben wir denn hier alles? So, mal sehen, was haben wir denn? Jaa, 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 jaa. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was ich alles eingekauft habe. Oh, was steht denn hier? Blablabla, mir egal eigentlich. Hier steht es glaube ich auch nicht. Ich habe immer noch diesen Lotterieschein. Das muss ich auch noch irgendwann mal so einlösen, irgendwo. So. Mir ist so eine Idee gekommen. Jetzt weiß ich nur nicht, inwieweit das umsetzbar ist. Ich würde das jetzt vielleicht so machen, dass ich jetzt, je nachdem wie lang das braucht, also jetzt erstmal hier abbreche Und dann jetzt jeder neue Part einer Fraktion gewidmet ist Was heißt, der nächste Part wird zum Beispiel nur Bruderschaft, der nächste Part dann nur Großkarne und so weiter und so fort Also versteht ihr, wie ich es meine, deswegen würde ich mal sagen Man sieht sich jetzt beim nächsten Part bei irgendeiner Fraktion, keine Ahnung welche Bis dann Bis dann